Der geht ins Seitenhaus. Martin Harnik! Er hault. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ja, wir haben vor zwei Jahren mal in Istanbul bei einem Turnier im Vorfeld gespielt. Wie ist der liebe Kotwil? Treffen wir heute wieder aufeinander. Ich habe tatsächlich verdient gegen ihn 2 zu 1 verloren. Er kriegt seine verdiente Revanche. Heute ist der 5. November. Da wird im Verein die Flügelspiele einzusetzt. Und da haben wir sie. Nein, was ist das denn? Das geht doch gut los. Was ist das denn? Da gibt es Cheat drin oder was? So, da hinten also wird 1 zu 0. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Da brauche ich nicht hinpassen. Ey! Ach bitte! Er lächerlich. Das ist Niklas Moisander. Stark. Stark gespielt. Kannst du einen anderen machen, ey. Da muss er planten. Meiner? Ja, passt auf. Also in der Defensiv stehst du auch weiterhin sehr solide. Bleib noch von damals in Erinnerung. Der Ball ist mal wieder weg. Sieht nicht ungefährlich aus. Keine billigen Gegentore. Keine billigen Gegentore. Das ist so billig. Das ist eine gute Idee. Ja, ist okay. Was? Wie kommst du da durch? Harnik! Martin Harnik! Junge, komm her! Was ist das bitte, was du hier spielst? Time Finishing auf Rot. Sonst wäre der sicher eingegangen. Ja, leeres Tor und schieß gegen den Pfosten. Oh mein Gott. Der geht ins Seitenhaus. Achtung jetzt. Das könnte gefährlich werden. Das zieht er ab. Das ist eine verschenkte Chance. Schon ein bisschen Verwertung. Ist ausbaufähig auf jeden Fall. Ja, die Laufwege fehlen aber gerade. Die tiefen Wege sehen. Ja. Ja. Foul. Foul. Habe ich ja noch nie gesehen. Das ist ein Pro-Gamer. Foul. Foul. Geil. Das ist eine Verwarnung. Geil, Grech. Das darf es da einfach machen. Jolo schießt doch. Inzwischen gibt es so viele Ikonen, du hast den dicken Ronaldo Pullet und genau so ich spiele. Gretchen, das kommt nicht vorbei. 3-0 will ich jetzt aber noch. Ecken sind sehr gut in diesem Spiel, Pizza bleibt sich kurz frei. Also das war's dann. Glückwunsch. Ich habe mal eine kleine Revanche bekommen, aber ich muss immer noch sagen. Nicht, dass du jetzt denkst, 2-1, 2-0, das zählt natürlich nicht. Wir brauchen noch ein drittes Mensch. Ich hätte ihn stärker erwartet, muss ich sagen. Und ich hätte ihn wieder schwächer erwartet, also ich hatte ihn sehr gut in Erinnerung und ja, er hat die Form auch beibehalten. Das ist gut, hat Spaß gemacht. Das nächste Mal geht's höher aus als 2-0. Nein, das glaube ich nicht.